Hallo liebe Freunde und Angelfreunde, ich bin heute an der Donau und fische mit dem Gummifisch auf Zander. Ich hoffe ich fange heute noch etwas, aber das weiß ich nicht. Das Wasserbomst an 4 Grad, es ist nicht sehr warm. Ah, das ist schon hoffentlich. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.